Herzlich Willkommen in Borderlands, jetzt hier in Sawtooth Cauldron. Wir möchten uns heute um die große Flucht kümmern. Und zwar möchte Ulysses von Pandora entkommen. Und dafür müssen wir einen Hyperion Transmitter organisieren. Und er möchte gerne sein Haustier mitnehmen. Ja, das war kurz zusammengefasst. Auf geht's. Und wir nehmen seinen Kram, den er braucht zur Flucht. Ich sehe gerade, ich habe nur einen Schuss im Magazin. Das ist natürlich richtig genial. Aber ich weiß auch nicht, welches Level die ich nicht habe. Dementsprechend. Nicht versichert sich nachladen. Nicht versichert sich nachladen. Ja, hat sich jetzt schon gelohnt. Ich habe schon wieder 30 Minuten hier. Uuuuh. Auf meinen Befehl! Das war brutal, DT. Wie sind denn hier noch, ey? Hier sind doch... Ach, da oben ist noch einer. Und den hat er gleich mit erwischt. Gut. DT, du bist der Beste. Ah, diese scheiß Fliegen denn, ey. Wir haben ja eine neue Sniper, ne? Wollte ich ja nochmal anmerken. Doch. Läuft, ne? Schade. Hier oben ist das eine, da unten ist das andere Ziel. Jetzt hoffe ich, dass ich einfach hier gerade am richtigen bin. Ich muss ja das Tier erst holen, das Haustier. Das macht ja keinen Sinn erst. Wie komme ich denn da hin? Ich muss... Was? Ich muss nach ganz oben? Wie komme ich denn da hin? Ach, scheiße. Jetzt kommt schon wieder so eine Folge, wo ich mich... Die ganze Zeit verlaufe, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme oder was. Hier war ein Fahrstuhl. Ich wette, hier war irgendwo ein Fahrstuhl. Warte mal. War das nicht das mit dem Banditennest? Ja, das war, glaube ich, irgendwie hier drunter. Kommt mir vage bekannt vor. Ich meine, das war doch irgendwie so. Da habe ich ewig nachgesucht und es war nachher ein Fahrstuhl unten drunter. Genau, hier, ich weiß es wieder. Ich muss da unten lang und dann mit dem Fahrstuhl nach oben. Und dann, genau. Alles gut. Und hat sich alles wieder zurecht geschoben. Unter mir? Geschieht ihm recht und euch jedenfalls. So, jetzt muss ich irgendwie nach unten. Dass es hier ist... Ach, du Kacke. Wie soll ich denn da hinkommen? Erstmal hier runter. Irgendwohl. Hüpf. Und hier ist auch nochmal eine Leiter. Da kann ich auch irgendwie runter. Und noch ein Stück. Und das ist jetzt... ...der Transmitter. Mist. Aber vielleicht kann ich das auch anschließend mitnehmen. Ich wollte schon so oft verschwinden. Ich wollte schon so oft verschwinden. Keine Chance. Aber der Transmitter bringt mich hier weg. Bring ihn her. Bring ihn her. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Platziere den Transmitter für Ulysses. Okay. Erst noch das Tier. Ich muss sagen... Ich hätte auf den... Auf das... Auf sein Haupthaus hier geschissen, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Also ich... Wäre glaube ich jetzt nicht extra für das Tier nochmal zurückgelaufen. Also deshalb habe ich es ja auch überhaupt erst schon mal eingesammelt, ne? Das... Dann... Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Äh... Ich glaube in der Richtung. Bin nur von da gekommen. Genau. Da geht es wieder ab. Äh. Hier bin ich wieder hoch. Und jetzt links halten, soweit ich mich in der Erde reine. Neues Schruppchen und neues Schild. Das wären nochmal Sachen, die ich gerne hätte. Wo sind denn hier noch die Gegner? Ach, ich lebe wieder? Ich habe nicht mitgekriegt. Ah! Herz für mich! Aschgesicht! Immer! Hütten! Oh! Oh, so regnet ein geiles Gefühl! Das war nur... Oh, Mann. Äh. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gar nicht mag, wenn ich wieder auf einmal irgendwo rumhänge. Aber dass ich eigentlich jetzt hier den Quest einfach nur schnell mal fertig machen wollte. Stirb! Leben. Ich will auch leben. Ja. Wäre natürlich jetzt echt ärgerlich gewesen. Wenn ich bei der Nummer einfach nur draufgegangen wäre, weil ich es nicht geschafft habe. Nicht, nicht. Naja. Weil ich keine Lust hatte. Weiter unten. Sag nicht, das Tier ist auch jetzt unter uns. Oh, nö. Also wieder runter. Ernsthaft. Will das das Haustier? Transmitter platzieren. Transmitter platzieren ist hier, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was für ein Viech der Ulysses als Haustier hatte. Achso, wir müssen auch nach oben für das Transport... äh, äh, platzieren. Tja, dann war ich da ja gar nicht so falsch gerade. Mist. Äh, kacke. Bin ich da runtergefallen. Also nochmal runter und dann mit dem Fahrstuhl wieder hoch und dann... Tier einsammeln unten wahrscheinlich noch. Ach. Tja. Da habe ich nicht, äh, genug nachgedacht. Eindeutig. So. In die Richtung und... das Tier einsammeln. Geht so, man sieht eigentlich auch als Haustier, wenn man den... sich so hält. Zeit für Kill. Alles klar. Blöd. Ding, ey. Blöd, blöd. Ja, was auch immer. Das ist ein Haustier. Und das ist was? Ulysses Haustier, Frederic der Fisch, beste Freunde, sollte niemand trennen. Naja, okay. Wollen wir nicht so sein. So, jetzt den Fahrstuhl suchen. Wo war das denn noch? Warte, das da hinten ist doch der Fahrstuhl, oder? War das nicht so? Ich meine, das könnte hinkommen. Ah, 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 ah. Fast. Das war ja schon... Nein! Nein! Ach, scheiße. Dieser scheiß Goliath, alter. Oh, man. So, wo bin ich jetzt? Ah, am Eingang. Alles klar. 15.000 für die Wiederbelebung, ey. Nur weil das scheiß Fieb mich runtergeschubst hat. Ähm, jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ich denn hier jetzt eigentlich wieder zum Fahrstuhl komme. Das, äh... Hier war es nicht. Das war irgendwo... Ja, nee, ist klar. Leck mich, alter. Scheiß Viech. Das da ist der Fahrstuhl. Das da ist der Fahrstuhl. Toll. Alter, ich zeig dir jetzt mal, was hier Sache ist, ey. Nerviger Penner. Ich einfach so in die Lava zu schubsen, ist das... Und Ding. Das sag ich dir aber. So. Komm. Ey. Kleis. Ich weiß, ich kann das nur. Kleiner Genom, ey. Warte. Haben wir uns nicht schon mal, äh... Gesehen und genau auf diese Weise wieder verabschiedet. Hm. Kein Drop. Auf nach oben. Auf nach oben. Ich schätze diese Konserve, ey. Oh. Mir hat es gerade gefackelt. Ich hatte bis zum Angst, dass sie abstürzen. So. Da sind wir. Och, nö. Jetzt, äh, kommt die Erinnerung an die Blöden. Wer ist immer noch? Kopter. Das ist übrigens die Lüsse. Ich aktiviere den Transmitter. Jetzt kann ich weg. Halt mich weg von diesen Planeten! Na dann mal los. Das will ich mir jetzt aber wirklich mal angucken. Stimmt kommt hier jetzt einfach so ein Einschlag von den Schützen oder so. Da wird völlig zerfetzt. Ja ne. Wie ich es einfach wusste. Man kann damit nichts anfangen. Na gut, dann ist die Folge jetzt ja auch schon wieder zu Ende. Ich habe jetzt nämlich, sagen wir mal, ich suche mein Heil in der Flucht und versuche mich nicht mit den Koptern anzunehmen. Schade, ich dachte da kommt ein Drop. Ähm, sondern wir geben mich einfach weg von hier. Da habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Das war ja richtig schlau. Hier ist noch ein schwarzer Punkt auf der Karte. Sachen gibt's. Aves Camp. Schon richtig spannend. What? Ach so. Munition. Waaah! Halt! Was, was, was? Das war jetzt nicht der Plan. Ich will meine Schrote wieder. Das ist doch Quatsch gewesen. Ich wollte die Munition einsammeln. Naja, guck mal, was haben wir denn hier? Das brauche ich nicht. Das ist einfach die falsche Waffengattung. Munition ist voll. Munition ist voll. Krass. Okay. Tja, haben wir wieder was gesehen. So. Ähm. Tja. Richtig gemütlich. Dann war's das. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Ich guck mal eben ins Klo. Raketenwerfer. Mit 17.000 Schaden. Ja, ne. Ist klar. Tja. Was zum Teufel. Da kam ich mir ja richtig doof vor mit meinen 9.000. Hahaha. Ist ja richtig Geburtstag hier heute. Hier. Her damit. Gönnung. HeiiHhhh. Okay. Das war's. Hayo.